Ich habe jetzt auch keine Lust drauf. Was ist das denn hier? King of the Reen, oder? Was ist denn das? Deathmatch, oder was ist das? Nein, King of the Reen. Wenn das wieder ein Punkt durch ist, dann wissen wir, wie das endet. Einer holt den Punkt, holt die Punkte die ganze Zeit und der Rest schießt sich einfach nur hin. Ist das gleiche hier? Keine Ahnung. Ich befürchte, dass das wirklich nur ein Punkt ist. Ist das ein Punkt? Ne, zwei sind es. Der Scheiß-Leuchtpistole, ernsthaft? Ach so, Tanzen, jetzt wird kloppen. Ja. Du kommst gar nicht mehr hoch. Na klar. Du kommst zu, du musst nur die richtigen Punkte am Gacht finden. Du musst an den Enden hochgehen, wo auch die blauen Baustellen Dinger stellen. Hä? Wo hast du die Knorre hier? Liegt da. In der Mitte sind welche. Ohhhh. Jetzt geht mir jetzt schon mal nicht etwas ab hier. Ein Punkt. Ja, super, ja. Die Granaten waren echt gekonnt jetzt von mir. Ja, Mensch, wir wissen's. Ab jetzt. Das war schon so, ja. Ich ich hab da so ich sogar nicht wissen was ich so alles nehmen willst du gar nicht wissen also jetzt abhängig unabhängig vom baby hat das eine treffer mit der scheiße mit der minder facke ich habe ich davor noch mal das hat gerne geschossen nein ich hatte gar nichts verloren ich würde mich gerade kann sein aber aber stürmer stürmer ich würde es auch geil dass die ziele einfach mal alte dreckige so fassen kannst du jetzt mal ausgehen du eule ja ja Enteft? Jawohl. Alter. Ich komme nicht hoch. Du kriegst ihn nicht hoch. Das ist schon lange nicht mehr. Das ist alles Schwäche. Oh, wie sie wegfliegt. Wo denn? Wo war der denn? Ich stand die ganze Zeit neben dir. Das ist nicht wahr. Also in manchen Momenten, da fehlen mir wirklich diese Android-Tournament-Stimme. Ich hab's nie gespielt. Monsterkill und Chalkill. Alter, ich hab wieder weggefloppt. Ich bin. Ich merke aber schon, dass ich nachher wieder viel aussortiert habe. Ich hab' dich gesehen. Ich hab' dich auch gesehen. So schnell konnte ich gar nicht hochziehen. Mit der Laffe. Ich hab' dich auch gesehen. Das ist schon Auer und Kühl. Das ist schon Auer und Kühl. So will wir den. Ich will Auer. Der hat Auer und Kühl. Das ist schon Auer und Kühl. Auerein, mein Schatz. Mein Schatz. Mein Schatz. leute ich habe noch 134 ja nur weil es weniger krieg das über verliert aber die ganze zeit kämpft du kommst gefährlich na ja ja dabei weg ist der kund wie war das mit fahrrad und er hat stückte er ist Was ist das? Ich muss nur kurz telefonieren, lass wieder kurz in die Telefonzelle! Hau ab jetzt! Ich bin nicht vorbei gekommen bei dir, die scheiß an der scheiß Couch. Zumindest noch mitgenommen, Nikke. Zweiter, nah allein. BÄMALA! Die Lesbe! Nee, scheiße, egal. Ich wollte eigentlich Daumen runtergehen, weil die Map war kacke. Ja, sie war taktisch. Nee, sie war einfach Mist. Einfach nur Zeug zusammenstellen, damit du nicht zimmer drüber springen musst. Das hat nichts mit Taktik zu tun. So. Wie flabber denn noch nach 40 Minuten? Vielen Dank. Ach Gott! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.